Oh, das kennt der... Der braucht jetzt eine Zeit, den kann man untersuchen, oder? Bitte! Ey, du hast auf mich geschossen, lass es! Du bist Twelter! Ich höre auf, euch umzubringen! Der ist Twelter! Der ist Twelter! Ich will ihn nicht töten, weil ich will keine Punkte verlieren. Ich hab Angst vor Debitor, der war bisher noch nicht da. Geh weg! Ja, ich bleibe in der Entfernung. Ich schieße dich auf dich. Du bist Twelter, ich weiß es! Könnt ihr mal aufhören, äh, könnt ihr mal Mr. Worf von mir wegnehmen, bitte? Er ist Twelter! Könnt ihr mal Mr. Worf von mir wegnehmen, danke. Der Detective ist tot. Ja. Oh nein, der Detective ist tot. So ein Zufall aber auch. Der Detective ist tot. Irgendwie hört sich... Warte mal kurz. Kann man nicht mit so einer Waffe überprüfen, was er festgesehen hat? Ich hab den DNA-Scanner, der piepst schon die ganze Zeit rum. Ja, aber er wurde gesnipert. Man sieht dann nur, wen er das letzte Mal angeguckt hat, aber wenn er von unten gesnipert wurde, dann kann das ja jeder sein. Nimm mal ein Twelter! Da, guck mal hast du den DNA-Scanner, ich hab den rausgebrochen. Achso. Ja, brauche ich nicht gleich, wie das mit umgehen. Simon und Maudados sind Twelter. Ich bin nicht Twelter, Mr. Worf von mir. Ja, dann bin ich Twelter, Mr. Worf von mir. Pass auf. Ey, sind wir die Letzten, die leben, oder gibt's noch Debitor? Ja, mich gibt's auch noch. Mich gibt's auch noch. Aber pass auf. Ey, Maudado. Maudado. Wenn die beiden da... Also wenn der Mr. Moor uns beschuldigt, aber Zombie nicht, dann müsste es doch eigentlich Zombie und Mr. Moor sein, oder? Aber wir können auch nicht einfach so... Nee, das geht nicht. Mr. Moor hat auch vorhin gemeint, als ich Traitor war, dass ich auf ihn geschossen hab. Und du und Unger spielst ein Traitor. Ja, aber Debitor hat doch schon einen abgeschossen. Nein, hab ich nicht, hab ich nicht. Warte, Zombie sagt, ich hätte einen abgeschossen. Ich werfe den Weg für euch. Ja, aber, aber... Okay, okay, pass auf. Alle ruhig bleiben. Simon hat den Detective abgeschossen. Okay, pass auf. Oh, Zombie. Ich stehe in Panik, ich stehe in Panik. Ja, Zombie ist Traitor. Zombie ist Traitor. Zombie ist Traitor. Alter, Mr. Moor... Nee, Mr. Moor ist wahr nicht. Wetef? Maudado schießt. Wer ist denn Traitor? Wer kann nur Traitor sein? Oh, ich hab keine Munition. Äh, ich hab... Jawoll! Was? Wo kam, wo kam Debitor her? Gut gemacht, Debitor. Gut gemacht. Komm, ich stehe runter. 3, 2, 1... Ja! Wer hat mich denn... Wer hat mich denn getötet? Hä, ich? Ich stand direkt neben dir. Oh. Ich hab mich gewundert, warum das keiner gesehen hat. Und wer ist da im Gefängnis gelandet? Ah, Mr. Moor zählt auf mich. Ich glaub, Mr. Moor will mich umbringen. Oh, ich hab die Galil. Würde ich gerne. Mr. Moor bist du lieb? Äh, eigentlich nicht, ne. Guck mal, er hat's grad zugegeben, Maudado. Kann ich bitte ne Mikrowelle haben? Bist du Traitor? Oh, Mann, ja. Er hat's grad zugegeben. Oh, Mann, ja. Ich will aber trotzdem ne Mikrowelle. Okay, warte, warte, warte. Dann testen wir dich mal. Oh, Mann, ja. Also, wenn du überzeugter Traitor bist. Ja. Dann spring. Okay. Nein. Oh, Pitz hat geschossen. Nein, doch nicht. Da unten ist jemand... Zombie ist da unten. Zombie? Hä? Da liegt ne Leiche auf dem Brett. Ich bin hier. Äh, äh, Zombie? Da liegt ne Leiche auf dem Brett. Ich bin hier. Äh, äh, Zombie? Da liegt ne Leiche auf dem Brett. Äh, äh, da ist jemand runtergefallen. Ich überprüfe ihn. Mr. Moor ist oben. Was ist da los? Mr. Moor sagt die ganze Zeit, dass er Traitor ist. Sagt er schon die ganze Zeit. Für, für Maudado. Hä? Rotpilz hinter dir ist Simon übrigens. Wo, wo? Ja, aber ich bin nur in Deckung gegangen mit der Feuergranate. Oh Junge. Ja klar. Bro, bis wir bleiben zusammen, okay? Ja, okay, okay. Da wo die Rauchgranate ist, da bin ich. Zombie, wo bist du? Bleib hier, bleib hier. Äh, äh, lass, lass. Ist das denn überhaupt ne gute Waffe, die ich hab? Weil ich hab keinen Bock jetzt hier irgendwie... Ich weiß auch nicht genau. Die hier, die Waffe hier. Darf ich mal mit der einmal in die Luft schießen? Nee, nee. Okay, okay. Also in die Luft, also wenn du da hinten ihn schießt, ja. Aber nicht zu mir. Wo, wohin? Weil ich will nämlich jetzt, ich will nämlich nicht, dass du denkst, ich will dich abschießen. Dazu im Lego-Haus, zum Lego-Haus, zum Lego-Haus. Also da. Oh, lol, lol. Simon Schielerfist, Simon. Ich bin der Burning Man. Oh, was? Ich hab Ruppils geschossen, weil er Traitor ist. Glaub mir. Glaub mir einfach, glaub mir. Okay, Zombie, bitte glaub mir. Nein. Lol. Guck mal nach, guck mal nach. Sonst schieß ich wohl auf den Ruppils. Weil ich hab gesehen, dass das Simon zuerst geschossen hat. Oh. Ja. Aber Ruppils war's. Ja. Jawoll. Hä? Was ist... War der letzte und warum ist der tot? Mr. Moor, Mr. Moor war's. Warum hast du mich gern getötet einfach? Weil du immer Traitor bist und mich dann abschießt, wenn ich dir helfe. Nein, ich müsste jetzt Traitor sein, wenn ich voll lange kein Traitor war. Das ist ja wirklich so, das ist ja wirklich so den ganzen Traitor. Willkommen zurück, Zombie. Ich hab da Traitor-Ticket genommen. Ich bin nur tot. Hallo Mr. Moor. Mr. Moor. Mr. Moor. Mr. Moor. Mr. Moor. Boah, wenn jemand die hat. Die GS. So, jetzt hab ich die aber. Boah, wenn jemand die hat, dann wär ich immer nervös. Ohne Wiss. Wieso hasst du dich jetzt selber? Nee. Aber wenn jemand anders die Waffe hat, dann wär ich immer richtig paranoid. Er stirbt in Selbsthass. So, ich bin hier oben. Komm nicht hoch. Wer schießt da? Mr. Moor, warum schießt er auf das MacBook? So. Mr. Moor hat kein laptop. Mr. Moor hat kein laptop. Mr. Moor hat das MacBook erschossen. Oh nein, Mr. Pastrator. Ey, da geht jemand hoch. Warte. Ah, das ist Zombie. Das ist Detective. Herr Detective, sagt bitte denen, die sollen nicht hochkommen. Komm nicht hoch, Detective. Warum sagst du es ihnen nicht? Mr. Moor. Stop. Darf ich dir bei dem Polizeiauto stehen bleiben? Ich pass auf der Seite auch. Ich mag das Polizeiauto. Mr. Moor, ich sag dir nicht hochkommen. Ey, alle sind hochgekommen. Ich werd schon wieder paranoid. Meine Tastatur hängt schon wieder. Wo seid ihr? Ganz oben? Guck dir mal Dato an. Aber er hat so eine Shotgun. Ich will nicht, dass du mich anziehen. Oh, man. Oh, Zombie, bitte bleib bei mir. Ja, bitte, 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 bitte. Oh nein, jetzt werde ich sterben. Mr. Moor, Mr. Moor geht aus der Ecke raus. Ich geh auch weggehen, wenn du mich vertraust. Ich geh auch weggehen. Mr. Moor, Mr. Moor geht da weg. Es stimmt vielleicht. Soll ich mitkommen oder weggehen? Ich vertrau dir. Wenn du eine gute Sprutwende brauchst, dann töt mich. Ich hab die Mega-Sprutwende. Ich hab die Mega-Sprutwende. Ich kann dich da vertöten. Ich kann dich da vertöten. Barte, nicht mal schießen. Jetzt kannst du mich töten. Was ist denn die Mega-Sniper? Ping, 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 ping. Warte kurz, warte kurz. Bleib noch mal. Ich hab dir trotzdem nicht vertrauen. Bleib schon so gut. Nein, bleib da. Bleib ruhig da. Mr. Morgan. Ich weiß, dass ich dir nicht vertrauen darf. Mr. Morgan. So. Okay, okay. Stopp, stopp. Ich hab nur Schrot. Da, da. Debitor. Trader. Ah, du bist auch da? Warum schießt er auf mich? Wer schießt da? Ich hab nur auf den Boden geschossen. Boah, ich dachte schon. Mach nur Panik. Aber ich bin ruhig geblieben. Ich ziehe auf Debitor, damit du die ganze Zeit weißt, dass ich nicht auf dich ziehe. Nein, Debitor kann nicht Trader sein. Debitor hat sich nicht gewehrt. Okay. Ja, ich wollte Exa nicht schließen. Ich bin allein mit Morgan. Ich behalte, ich behalte in meinem Auge. Ich behalte in meinem Auge. Ich behalte in meinem Auge. Bleib bloß. Lass mal bitte irgendwie so sagen. Ja, warte, warte. Ich bleib bei dir. Weil wenn du mich jetzt tötest, dann ist es... Nee. Okay. Nee, jetzt bleib ich doch nicht mehr bei dir. Nee, nee. Aber falls ich's nicht versage, Debitor ist bei mir. Weil ich's nicht versage. Hallo. Also ich verdächtige Rotpils. Rotpils? Wo ist Rotpils? Lebt Rotpils noch? Rotpils hat dann eben gesagt, er wäre allein mit mir. Obwohl, wir müssen noch Moorgame machen. Ja, ich hab... Das heißt... Mr. Moor und Rotpils. Hä, bist du doof? Nein. Guck, er beleidigt schon wieder. Das macht immer, wenn er Traitor ist. Die Debitor zieht nicht auf mich. Die Debitor zieht nicht auf mich. Nee, ich bin doch sicher. Mordado, guck mal, komm. Guck wenigstens du. Nein, dann tötest du mich. Ich geh weg. Da ist jemand auf dem Polizeiauto. Das ist Mr. Moor. Mr. Moor? Hallo. Also da habe ich echt Recht gehabt, dich doof zu nennen, weil das war die... Okay, Simon ist es. Oh Gott, oh Gott. Mr. Moor ist es. 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 Simon, Simon, wo ist Simon? Nein, es ist doch keiner von uns tot. Wir haben uns so gegenseitig abgeschossen. Es war doch keiner von uns tot. Ja, wo ist Simon? Ich bin... Warum redest Mr. Moor nicht mehr? Mr. Moor? Ich hab ihn nicht erschossen. Wirklich nicht. Ich hab auf ihn geschossen. Ich hab ihn wirklich nicht erschossen. Scheiße. Ich hab ihn wirklich nicht erschossen. Ich hab auf ihn geballert und er hat auf mich geballert, aber wir haben es gegenseitig getötet. Ich lebe noch. Mr. Moor? Du lebst also noch. Ja, aber Mr. Moor habe ich nicht erschossen. Okay. Guck bitte mit diesem... Guck mit diesem Überprüfer da bitte hin. Okay. Ich hab ich nur... Es war nur Notwehr, man. Und dann? Hast du einfach alle getötet, Zombie? Nein. Aber wenn ich Tab drücke, sehe ich nicht mehr die anderen. Die haben sich alle gegenseitig getötet aus Panik. Du bist Detektiv? Oder Indocent? Ja, das werde ich wohl sein. Traitor? Ja, ich bin der Überprüfer. Jawoll! Verdammt. Ich wusste, dass du Traitor bist. Aber ich bin es auch! Das war aber die behindertste Behauptung überhaupt. Ja, keine Ahnung. Mr. Moor stand direkt neben dir und du sagst, ich bin allein mit Maudaro. Ich hab ihn aber nicht gesehen. Hier ist so viel Blut hier oben. Guck mal hier oben. Gipito, was ist da oben passiert? Was ist da oben passiert? Ich hab alle umgemäht. Außer Zombie. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich sag doch nicht, ich bin allein mit Maudaro, wenn ich beide sehen würde. Bamm, bamm, bamm. Ich, ich klatsch Zombie gerade noch ein bisschen gegen die Wände. Ja klar, wenn ihr beide traiert seid und du mich im nächsten Moment umfingst. Du bist abgelenkt. Ich war ja gar nicht mehr bei euch. Nein, nein, nein. Du nicht, aber den, den Rest. Du bist Detektiv. Ich bin Innocent. Ich hab ne Feuergranate. Oh! 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 Wo ist er, wo ist er? Da ist, äh, Roppis. Ich tu dir nix. Ich hab Muffin. Ich mach nur Qualm, ne? Keine Ahnung. Das ist not meine Intention, dir etwas zu tun. Nicht umdrehen, nicht umdrehen. Ne, ich will mir ne andere holen. Ich hab keine Smoughgranate. Ich bin Traitor. Ja, ich hasse ihn auch. Ich bin Traitor. 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 Ich versuch's jetzt. Ich muss nicht runtergucken. Ich glaub Mr. Moregame ist Traitor. Ja, ich glaub auch. Ne, ist zu auffällig. Ich glaube ihm das nicht. Ich bin Traitor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich wette, Simon ist Traitor. Genau, Simon, Simon. Simon, Simon ist Detektiv. Simon, schießt auf mich. Peter, wieso verurteilst du mich? Was hab ich dir getan, Peter? Simon hat mich getötet. Simon, wo bist du? Ich bin im Lüftungschaft. Simon ist Detektiv, Mr. Moregame. Du musst in die Mitte. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin in der Mitte. Maudado, ich bin tot. Wer schießt? Alter, Maudado, Maudado. Nein, ich war's nicht. Nee, ich schwör. Ich schwör. Ich hab mich erschossen. Ich hab ne Sniper, ich hab ne Sniper. Ich hab ne Mac-10 gehört, hat er? Ich dreh mich weg, ich dreh mich zur Band. Aber warte auf, warte auf. Ich hab ne Sniper in der Hand. Du hast immer ne Sniper in der Hand gehabt. Der kann ja wohl kaum im Lüftungschaft wechseln. Der kann ja wohl kaum im Lüftungschaft wechseln. Der hoch und ziel auf Maudado aber nicht abschießen. Nur auf ihn zielen und er soll sich zur Wand drehen. Ich bin jetzt schon aus dem Gang rausgegangen. Mr. More ist bei mir. Dreh ich zur Wand? Dreh ich zur Wand? Hä, ich bin draus? Okay. Guck die Wand, du Schwein. Dreh ich irgendeiner Wand? Ja. Guck die Wand an, du Schwein. So, stopp mal. Eine Sache muss ich jetzt hier als Detective mal aufklären. Weil ich bin ja hier der James Bond. Also. Äh ne, James Bond nicht. Ich schau drauf. Pass auf. Ey, du konzervant. Diese Waffe da hatte Rotpils. Ey, nicht. Guck zur Wand. Nein, die hatte Rotpils nicht. Guck zur Wand. Du sollst mich widersprechen. Ich sag einfach nur, was ich sagen will. Halt, stopp. Es ist Obst im Haus. Ich wollte schon sagen, wie er das nicht gecheckt hat. Ich hatte, ich hatte, du hast ihn getötet. Ja, ich habe ihn ja auch getötet. Warum hast du Maudado umgebracht? Ich hab dich nicht gesehen. Ich hab dich nicht gesehen. Sondern nur Maudado. Hey, ich hatte, du hast eine Sportflinte gehört. Und er ist gestorben. Und bringst mich dann um mit der Sniper in die Hand. Ich war verwirrt. Mach das Sniper. Aua. Ich will. Hey. Ich wurde angesnipert. Ich wurde angesnipert. Was für die Granate hast du da genommen? Ich bin bei Zombie. Ich bin bei Zombie. Was heißt das? Einmal, nein. Das ist die Feuergranate. Ich wurde angesnipert. Das ist aber auch schon wieder schaden. Von wem? Ich wurde auch direkt angesnipert. Habe ich doch gerade gesagt. Warte mal. Und warum nimmst du als Innos-Fan die Feuergranate, anstatt die Granate, die einfach nur Leute wegstößt? Ich hab eine Schrotflinte. Ich hab eine Schrotflinte. Ich will mich ja nur wehren können. Ich kann sie abdrücken. Mit einer Feuergranate wirst du dich wahrscheinlich nicht. Piu. Ich nehme aber immer eine Feuergranate. Hat jemand eine Granate geworfen? Von da oben? Ja, ich bin Detective. Ich bin Detective. Rot ist bei mir. Haut ab. Haut ab. Schaut mich mal an. Seht ihr mich alle? Seht ihr mich alle? Seht ihr mich alle? Seht ihr mich alle? Guck mal, man kann Granaten werfen und dann mit Magneto-Stick hochheben und einfach wegwerfen. Ropils, ich bin misstrauisch. Ich bin misstrauisch. Dann liegst du aber falsch. Magneto-Stick? Ich will auch nicht sagen, dass du es bist, aber ich bin misstrauisch, was du da machst. Du musst eine Schwungbewegung machen. Alter, Motor, du bringt uns alle fast um. Aha. Oh Leute. Jetzt ist er weg. Ich will nur sagen, passt auf Ropils auf. Passt auf Ropils auf. Ich würde mal sagen, passt auf Simon auf. Normalerweise macht er nie Anschuldigungen auf mich und er weiß immer, was los ist. Und Mr. Moorbom, hast du Schaden? Hat er von Anfang an gehabt. Von Anfang an. Da rennt einer weg. Ja, ich bin der Detective. Ja. Ropils, ich behalte ihm Auge, mein lieber Freund. Ja, ja. Ich habe hier ein Videomaterial, was uns verraten wird, wer der Traitor ist. Hat jemand einen passenden Videospieler hier? Ne, ne. Hat Riesengeräte. Hä? Hä, kannst du es nicht irgendwie angucken oder sowas? Ich glaube, das ist ein bisschen zu groß. Ropils. Hey, du gehst noch mir hinterher, du Affe. Ne, du bist in meinen Gang gekommen. Rotpilz. Oh, oh, oh. Mr. Moor. Jetzt willst du sowas stiften. Ja, guck mal, was in meiner Hand habt. Werf deine Waffen weg, werf deine Waffen weg, werf deine Waffen weg. Wer hat einer geschossen? Auf mich wurde geschossen. Alter, da hinten kommt einer. Da hinten kommt einer. Hallo? Wo ist die Beweise fand ich? Mordado. Mordado, Vorsicht auf Rotpilz. Ich bin Inno, ich bin Inno. Achtung, Achtung, Mr. Moor. Hallo. Wo ist der Rest? Geh weg, Mordado. Geh weg, Mordado. Da liegt eine Leiche, da liegt eine Leiche, Mr. Moor. Bist du's? Gewesen? Überprüf die Leiche. Okay. Halb, stopp. Lass eine Leiche, Mr. Moor geben, bist du's? Ich kann sie nicht angucken. Überprüf sie. Hab ich doch gerade. Ich überprüf sie. Oh, das sind so viele Leute und die zielen alle. Ah, ja, ja, ja. Die Bito, du darfst zielen, die Bito, du darfst zielen, du darfst zielen. Du bist der Einzige, der hier auf Leute zielen darf. Na los. Ich hab nicht mal ne Waffe dabei. So. Mordado mit der dicken Sniper hab ich ein bisschen Angst. Mr. Moor. Ich hab nicht mal ne Waffe. Ja warum hast du keine Waffe dabei? Warum? Wie wird das geschossen? Zombie ist tot. Wart mal kurz. Ey. Ich würd gern ein Zombie untersuchen. Halt. Oh, das ist noch einer. Ich bin ums Feuer herum gerannt. Bin grad darunter, den Lüftungsschacht, dann durch das Regal nach unten und dann bin ich hoch. Das ist ein Psycho. Ein Psycho-Spiel. Ich würde jetzt, äh, oh da hat jemand geschossen. Da hat jemand geschossen. Wer, 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 wer. Äh, Mr. Moor, oh, war's Mr. Moor? Ich glaub Mr. Moor war's. Von da kam der Schuss. Ne, die Vitor. Ne, war die Vitor, der hat den Schuss gemacht. Ich bin die ganze Zeit hier rum. Aber es kam von da oben. Das kann ja nur sein Simon. Hör auf mich zu zielen. Hör auf mich zu zielen. Hör auf mich zu zielen. Stopp, überprüfen erst. Erst überprüfen. Mann, die Vitor, du Hurenbock. Hör auf mich zu zielen. Warte, warte. Überprüfe doch erst. Ich überprüfe. Mr. Moor, Mr. Moor. Mr. Moor. Ich hab nur den Juden. Ja, ich hab, ey. Na klar. Hör auf, hör auf. Hör auf, hör auf. Warum schießt du auf mich? Weil du nur noch immer bist. Nein, ich bin... Alter, bewegt ihm so viel. Es liegen noch extrem viele Leute auf diesem Planeten. Deswegen schießt er auch auf Detective. Oh Mann, Rupils war's echt nicht, weil Mr. Moor war's, ne? Ja, Mr. Moor. Aber du hast mich so bedroht. Aber du hast ja auch geschossen gerade. Und ich hab das Gefühl gehabt, das kam von da oben. Thomas ist tot.